Immer wenn ich erzähle, dass ich Psychologe bin, kommen die gleichen drei Fragen. Analysierst du mich gerade? Haben alle Psychologen vielleicht selbst einen Knacks? Und braucht man wirklich einen Psychologen, wenn man schon gute Freunde hat? Die Antworten darauf in diesem Video. Es ist die meistgestellte Frage. Analysieren dich Psychologen immer und überall? Psychologen haben viel Wissen über Menschen, Verhaltensweisen, Persönlichkeitseigenschaften und wie sich die im Alltag zeigen. Schon beim Zusehen kann man manchmal vielleicht einen Hinweis auf eine psychische Störung sehen. Das stimmt schon. Ein psychologischer Test ist meistens ein Fragebogen, den der Betroffene selbst ausfüllt und der Psychologe dann auswertet. Man macht das, weil es wichtig ist, dass man sich wirklich sicher ist. Denn einerseits machen sich viele Patienten große Sorgen, wenn sie das erste Mal so eine Diagnose bekommen. Andererseits ist die richtige Diagnose wichtig, weil man daraufhin ja die passende Behandlung aussuchen muss. Sei es die passende Art von Psychotherapie oder das passende Medikament dazu. Also im Alltag kann der Psychologe nur beobachten, was derjenige sagt oder tut und das reicht nicht für eine wirklich sichere Diagnose. Und eine unsichere Diagnose ist eben gar keine Diagnose. Der zweite Punkt, und das kennt wohl jeder, Arbeit ist nicht gleich Freizeit. Ich vergleiche das gern mit einem Mechaniker, der schaut auch nicht jedem Auto hinterher, das auf der Straße vorbeifährt. Andererseits, wenn eins vorbeifährt mit kaputten Scheiben, alle Reifen platt und der Auspuff am Boden streift, dann schaut er vielleicht aus Neugier doch ein bisschen genauer hin. Also, analysieren Psychologen dich immer und überall? Hier nicht. Aber was ist eigentlich mit dem Psychologen selbst? Haben vielleicht alle Psychologen selbst einen Knacks? Nein. Es wäre auch schlimm, wenn genau die, die dir helfen sollen, mit ihrem eigenen Leben nicht zurechtkommen würden. Es gibt in Österreich ein Gesetz dazu, weil die Ausbildung als klinischer Psychologe beginnen möchte, der muss ein Gutachten vorweisen, dass er selbst nicht an einer psychischen Störung leidet. Zusätzlich müssen klinische Psychologen in ihrer Ausbildung rund 100 Stunden Selbsterfahrung absolvieren. Das ist eine Art von Psychotherapie für Gesunde. Aber natürlich sind Psychologen auch nur Menschen, und da kann es schon sein, dass ein Psychologe psychisch erkrankt. Dann muss er, wie alle anderen auch, sich selbst psychologische Hilfe bei einem Kollegen suchen. Er hat vielleicht einen Vorteil, weil er schon weiß, an wen er sich wenden muss, oder er hat weniger Vorurteile gegenüber Psychotherapie oder bestimmten Medikamenten, aber die Situation ist die gleiche wie bei jedem anderen Patienten. Aber haben alle Psychologen einen Knacks? Nein, sicher nicht. Braucht man wirklich einen Psychologen, wenn man gute Freunde hat? Freundschaften sind eine tolle Sache und fördern psychische Gesundheit, genauso wie es eine funktionierende Partnerschaft oder Ehe oder ein gutes Berufsumfeld schafft. Vor allem in Krisen kann so eine Unterstützung sehr helfen. Bei ernsten psychischen Problemen sind Freunde aber überfordert. Stell dir vor, du musst Verantwortung für einen Selbstmordgefährdeten übernehmen. Wenn der sich umbringt, dann machst du dir dein ganzes Leben Vorwürfe. Manchmal ist auch die naheliegende Reaktion falsch. Intuitiv heisst nicht gleichzeitig richtig. Besonders bei Sucht passiert es oft, dass Freunde noch helfen und unterstützen, während es schon lange Zeit wäre, klare Grenzen zu ziehen. Zum Beispiel, wenn sie für einen Alkoholiker lügen oder einem Spielsüchtigen noch Geld leihen. Der letzte Punkt ist, Freunden fehlen meistens auch die Fachkenntnisse dazu. Zum Beispiel zu Medikamenten. Dann sind gut gemeinte Tipps oft schlechte Tipps und machen die Situation noch schlimmer. Oder wenn sie Symptome übersehen oder nicht ernst nehmen, dann wird die tatsächliche Hilfe unnötig hinausgezögert. Manchmal ist man der beste Freund, wenn man einfach nur professionelle Hilfe holt. Also nein, gute Freunde sind toll, aber können Psychologen, Psychiater oder Psychotherapeuten nicht ersetzen. Was denkst du? Schreib mir einen Kommentar, ich verspreche dir, dass ich ihn lesen werde. Du kannst mir auch auf meiner Website eine Nachricht schicken oder eine Onlineberatung buchen. Auf drarmikasa.com findest du außerdem noch Online-Tests zum selber ausfüllen und mehr Artikel zum Thema. Die Links unten in der Beschreibung. Vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und da wünsche ich dir viel Spaß mit den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal.